Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat, Bordcomputer, und vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis